Ja hallo Leute und ähm, willkommen zum Ergebnis des Streamvotes des... Hört euch das mal an. Das ist mein Stuhl. Okay, ähm, willkommen zum Ergebnis des Streamvotes. Hier könnt ihr schon sehen. Ähm, im Stream wird dann... Ah, ich zoome mal kurz ran, vielleicht können wir noch ein bisschen noch sehen. Super Mario Bros. New Super Mario Bros. We gestreamed. Red Steel und GoldenEye Multiplayer. Äh, ja. Eine Stunde Multiplayer und eine Stunde Singleplayer wahrscheinlich. Und vielen Dank an alle, die hier gevotet haben. Die sind hier nochmal aufgelistet. Ich hab's da aufgeschrieben, dass keiner Double Voten kann. Vielen Dank an euch. Äh, ich hoffe ihr guckt auch den Stream ein bisschen an. Ich guck grad nochmal, ob irgendwer Double gevotet hat. Äh, sieht aber nicht so aus. Viele Zahlen, finde ich. Okay. Vielen Dank an euch. Ich wollte jetzt zuerst Banjo-Kazooie machen. Er hat grad mal drei Stimmen gekriegt. Im Glück hab ich den Vote gemacht. Der Vote, äh, äh, glaube der Stream ist dann, wie gesagt... Äh, Samstag um 18 Uhr bis 24 Uhr. Dabei sein werden Miss Tony LP und The Spear Guy. Ähm, und werden den Chat überwachen. Äh, ja. Und, was wollte ich, wollte ich noch was loswerden. Ähm, das geht von 18 bis 24 Uhr. Und, ach so, ich werde, ähm, zuerst... Ähm, ne Moment. Ich werde zuerst den Cold Night Multiplayer machen. Dann New Super Mario Bros. Und dann Red Steel. Da haben wir nämlich eine Abwechslung zwischen Eco-Shooter, Jump & Run und Eco-Shooter. Okay. Äh, Drecksstuhl. Okay, Leute. Dann bis zum Stream oder meine nächsten Videos oder whatever. The game must go on. Ach ja, und jetzt ist der Vote natürlich beendet. Bitte nicht mehr Voten. The game must go on. nem Sein Tein Nej Okay. freedom